Heute gibt es eine ganz besondere Überraschung für alle, die noch keine persönliche Gute-Nacht-Geschichte haben. Ab ins Bett, 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 der Kinder-Podcast. Hier ist euer Lieblings-Podcast, hier ist Ab ins Bett, heute Abend mit der 962. Gute-Nacht-Geschichte. Im März gab es ja eine persönliche Gute-Nacht-Geschichte auf abinsbett.net, nur für Kinder, egal ob Jungen, Mädchen oder Geschwister. Und dann war es vorbei Ende März und mich haben ganz, ganz viele Eltern angeschrieben, die verpasst haben, die Gute-Nacht-Geschichte sich zu organisieren. Und die haben gesagt, bitte, bitte, gib nochmal eine Chance und jetzt machen wir das. An diesem Wochenende habe ich mir überlegt, gibt es noch einmal die Möglichkeit, eine ganz persönliche Gute-Nacht-Geschichte für dein Kind zu bestellen oder für deine Kinder. Und zwar ab jetzt. Die Website ist jetzt frei auf abinsbett.net und zwar nur bis zum Sonntagabend. Jetzt die letzte Chance auf eine ganz persönliche Gute-Nacht-Geschichte. Hier ist nochmal die Adresse www.abinsbett.net. Jetzt kommt das Recken und das Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz langspannt jeden Muskel im Körper an. Wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend bin ich mir sicher, finde ich die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 962. Gute-Nacht-Geschichte für Freitag, den 14. April. Björn und die Brieftaube Björn ist ein ganz normaler Junge. Es ist ein ganz normaler Tag. Es kann sogar dieser Freitag sein. Björn spielt normalerweise gern draußen. Er lebt gern Abenteuer. Es gibt aber auch Tage, so wie heute. Da hat er überhaupt keine Lust, mit seinen Freunden zu spielen. Und er hat auch nicht mal Lust, alleine zu spielen. Das ist alles irgendwie nicht so schön, wie er sich das vorstellt. So Tage gibt es eben. Aber heute, da soll sich alles ändern. Denn als Björn aus dem Fenster blickt, entdeckt er eine Taube im Garten. Sie sitzt auf dem Zaun. Und es scheint so, als sieht sie ihn sogar neugierig an. Björn entschließt sich, rauszugehen. Ganz langsam geht er zur Taube. Als er vor ihr steht, streckt er ganz vorsichtig seine Hand aus. Und dann die große Überraschung. Die Taube lässt sich wirklich anfassen. Und sie klettert sogar auf seine Schulter. Da ist Björn begeistert. Und er beschließt, dass er die Taube fragen möchte, ob sie vielleicht bei ihm bleiben will. Außerdem möchte er sich gern um die Taube kümmern. Die Taube scheint die Idee gut zu finden. Björn nennt die Taube Frieda und erbaut ihr im Garten ein kleines Häuschen. Dort fühlt sie sich sicher und beschützt. Dort kann sie wohnen. Jeden Tag besucht er sie nun und er füttert sie mit allem, was die Taube mag. Mit Körnern und auch mit frischem Wasser. Frieda ist mittlerweile Björns beste Freundin und er kann ihr alles erzählen, was ihm wichtig ist und was ihn bewegt. Und obwohl Frieda nichts sprechen kann, scheint sie Björn zu verstehen. Und manchmal tröstet sie ihn auch, wenn er traurig ist. Doch heute bemerkt Björn, dass es irgendwie seltsam war mit Frieda. Sie ist so unruhig und sie fliegt immer wieder im Garten hin und her, so als ob sie irgendwas sucht. Björn weiß gar nicht, was los ist. Und er beschließt ihr, Frieda zu vertrauen und ihr zu folgen. Mal sehen, wo er sie hinführen wird. Björn läuft ihr hinterher. Frieda fliegt von Baum zu Baum und dann stoppt sie vor einem verlassenen Gebäude. Björn weiß gar nicht, ob er da reingehen möchte, aber Frieda, die scheint ihm zu zeigen, dass er keine Angst haben muss. Im Inneren finden sie einen alten Käfig. In diesem Käfig ist ein Vogel gefangen. Und Björn versteht sofort, dass Frieda ihn hierher geführt hat, um zu helfen. Er öffnet den Käfig und der kleine Vogel fliegt davon. Dann geht es wieder zurück nach Hause. Björn fühlt sich aber anders. Glücklich, so glücklich wie nie zuvor. Er hat nicht nur mit Frieda eine Freundin gefunden. Er hat auch gelernt, dass es manchmal ein bisschen Mut erfordert, um anderen zu helfen. Aber von diesem Tag an, da wurden Frieda und Björn richtig dicke Freunde. Und sie fühlten etwas, nämlich mehr Freude und Dankbarkeit, direkt im Herzen. Björn und Frieda bleiben lange beste Freunde. Und sie verbringen viele glückliche Tage zusammen im Garten. Frieda möchte Björn sogar beibringen, wie man fliegt. Sie versucht, ihn auf den Rücken zu nehmen. Und Björn lernt, dass man manchmal Freunde findet, wenn man sie gar nicht erwartet. Und er weiß, dass wahre Freundschaft für immer hält. Außerdem weiß Björn genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's. Ab ins Bett. Träumt was Schönes. Bis morgen. 18 Uhr. Abinsbett.net. Godde Nacht. Amen. 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 Amen.